Beziehungsweise nicht speichern, sondern ich wollte meine neue Aufnahme überlegen, das war das richtige Wort. Sag mal, ich stehe hier dreimal auf dem Clan getroffen, neuer Clan entstehen und Clan über dem Griffstentum interessiert mich ja dreimal nicht. Meine Fresse, Alter. So, unser Yari-Drillplatz ist fertig. Wir können wieder hochständig steuern, das ist für mich immer das Wichtigste. Jetzt erstmal. Ne, was, doch. Ne, pass auf, dann laufen wir damit nach Ovari. Die Jungs laufen hier rein. Was fehlt denn, damit die Armee voll ist? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, zwei. Zack, zack. Ach, meine Fresse, die können es wieder nicht. Gut, nächste Runde. Dumm, viel gut, Alter, ohne Witz. So, gucken wir mal. Das könnte ich machen, einfach nur, um in fünf Runden einmal Nahrung mehr zu haben. Das wäre vielleicht sogar eine ganz gute Idee. Das machen wir mal. Auch wenn das vom Geld her eigentlich totaler... Ich habe ganz vergessen, dass ich in verschiedenen Regionen ja doppelt so schnell bauen kann. Das ist natürlich... Bei Aschigarus. Schon richtig. Deswegen habe ich jetzt einfach mal... Und da sind die auch einmal mehr befördert. Ich meine, das bringt sowieso nachher einen Furz, aber... Weiß ich nicht, ne? Wann hat, hat man. So, 16 Attacken noch. Nächste Runde, dann habe ich endlich mal wieder was bauen. Hier kommt eine volle, geile Armee an. Ein Bodenschützenbataillon müsste ich dann auch nochmal bauen. Das machen wir aber dann. Äh, haben denn die Kiso irgendwas, was sie jetzt angreifen können? Ne, ne? Die haben in Südchina nur drei Einheiten. Ne, die haben... Die haben keine Armee. Und ich soll dann Mino nehmen. Ne, ne, ich würde jetzt mit meiner Armee auf jeden Fall loslaufen. Ich weiß jetzt jetzt wohin. Ja, beziehungsweise ja, äh, ja. Also theoretisch müssten ja die Urakamis jetzt... ...drei Meter vor dir stehen, gleich. Wenn du nach unten läufst. Theoretisch. Ein Parger, würde ich sehen. Na gut, ich mache einfach mal eine Runde weiter. Und dann würde ich sagen... ...mach doch erstmal die Hattori da, die Armee, platt, damit die erstmal weg ist. Weil ich werde jetzt wahrscheinlich ab nächster Runde... ...Miroblef, dann brauchen wir noch zwei Runden. Oder würde ich auch schlecht wäre, wenn ich jetzt quasi nach... ...nach mit beiden Armeen Richtung Omi laufe. Könnte ich mit beiden Armeen Omi zurückerobern und dann mit... ...einer Armee in Omi lassen und einer Armee Richtung Mino und so weiter. Ja, das wäre auch eine gute Idee. Und Setzung... Ah, das Problem ist dann, was machst du dann, wenn die dann oben durchkommen? Harima, Tango und so. Wir hoffen, dass die eben nicht von oben kommen. Dass die sich hier mit Bescho beschäftigen und... Das ist übrigens die beste Taktik, die ihr haben könnt. Hoffen. Hoffen ist so eine Taktik... ...na, auf dem vierten Spielkreisgrad. Komm, ich weiß jetzt auch gar nicht, wo die Armee ist von denen. Nee, das ist ein bisschen das Problem. Wahrscheinlich im Wald. Wahrscheinlich wirst du gleich durch den Hinterhalt derbe in den Popo. Und so. Ah ja. Jetzt machen wir erstmal die Hattori wieder platt. Und dann haben wir jetzt zwei Städte und ich werde mir jetzt versuchen, so schnell wie möglich, diese beiden Städte zu organisieren. Dass die beiden jetzt einfach weg sind. Und in Setzung lasse ich jetzt einfach eine Rebellion entstehen. Oder? Nein. Hast du eigentlich theoretisch machen? Eigentlich wollte ich mal Setzung, weil ich dann unten durchgehen wollte, weißt du? Und du halt oben von den Bergen. Hast du gerne machen. Die ganzen Rebellen hier. Aber du nimmst halt die Insel da unten. Die muss ich sowieso machen, ja. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mit der Armee hier los. Ich hoffe, dass ich nichts finde. Wie weit komme ich denn mit? Ah, ich komme sowieso nicht weit mit der Armee hier. Halt, bei mir steht, dass du bis Omee kommst. Ich meine mit der anderen. Mit der Edge-Sendung? Mit der Edge-Sendung kommst du bis Omee. Aber mit der anderen nicht. Ja, auch nicht mit der anderen nicht. Na, da rufst du einfach hier ins christliche Gebiet da rein, oder? Ja, in Lovine-Karazzi. Ich meine, ich glaube, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Rebellen aus der Festung rauskommen. Das ist so wie eine Garnisons-Truppe, glaube ich. So haben die sie animiert. Ja. Aber ich bleib noch in meinem Gebiet. Nämlich die Runde noch. Offen? Ja, Einheiten offen. Ja, definitiv. Gute Idee. Guck dir das mal an, Alter. Guck mal, die haben keine großen Einheiten hier irgendwo. Nee. Das sind ja die... Ich muss ja... Das Problem ist, ich werde immer in Ise belagert. Deswegen kam ich gerade nicht einen Meter voran, weil... Wir dann auch ein Omi haben. Deswegen ziehe ich auch gerade die dritte Armee jetzt ran hier, weil das einfach keinen Sinn mehr macht. Ich brauche hier drei Armeen. Oh, da sind sie. Ah, ja. Schön im Winter angreifen, macht immer Bock. Soll ich da jetzt drauf gehen, oder soll ich warten, bis sie zu mir kommen? Moment, die kommen auch bestimmt jetzt irgendwo hin. Du kannst doch bei dir vielleicht... Kannst du da irgendwo in den Wald oder irgendwie so... Bei mir? Nee, wir waren bei dir in dem Wald, auf dem Wetter, nee. Nee, ich könnte entweder in die Stadt zurück, oder... Na doch, ich könnte vor dem... In den Wald, vor der Stadt. Aber ich glaube nicht, dass die dann meiner... Meinst du die gerade meine Armee an? Ja, die wollen auch viel für zu dir. Ich glaube, das ist klar. Dann würde ich... Versuche, dich jetzt anzugreifen und dann... Na gut. Nur verschlagen wir sie selbst. Ich denke mal, das wird so ein Ding sein, wo wir sie selbst schlagen müssen. Nicht unbedingt. Du hast ja gemeint, dass sie gute Einheiten haben. Du hast erst mal drei Ashigahou, die erst mal zum Kotzen sind, und deine Einheiten sind nicht aufgefüllt voll. Ah, ja, 55% habe ich. Komm, dann schlagen wir mal eine Schlacht so selbst. Also eine sozusagen, die nicht mit Verteidigung zu tun hat. Ja, okay. Na, das ist übrigens gar nicht so leicht, Freunde, weil die halt, ähm, ich glaube, ich habe es damals mal irgendwie erklärt gehabt, die haben ja einen Moralbonus zu sehen. Ja, die haben ja auch Ashigahou. Die haben ja sozusagen einen Moralbonus. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wir irgendwie auf eine erhöhte Stellung kriegen, damit wir diesen Bergkampfbonus bekommen. Der, glaube ich, incidental, also bei anderen Spielen macht der ungefähr 25%, also ich weiß nicht, wie viel er hier ausmacht, könnte auch ungefähr so sein. Das heißt, ihr habt dann einfach 25% bessere Werte. Also eure Werte sozusagen sind einfach um 25% erhöht, um ein Viertel. Bodenschützen haben eine größere Reichweite und, und, und. Ne, also das ist Berg, auf dem Bergkämpfen ist immer super, wenn ihr sozusagen oben steht. Wenn ihr unten steht, ich meine, ihr könnt euch ja einfach vorstellen, Berghochlaufen macht, ist schwerer, vor allen Dingen dann noch nach oben kämpfen, als von oben mal da runter schlagen. Deswegen ist ja auch bei der Kavallerie es einfacher, vom Rücken eines Pferdes nach unten zu schlagen. Da habt ihr ja natürlich auch die Schwerkraft dann auf eurer Seite, als unten zu stehen und nach oben zu schlagen, den komischen Reiter versuchen, Platz zu machen. Das ist das Problem. Gucken wir einfach mal, was würdest du mir denn geben? Nicht die Kavallerie, da mach ich wieder Schund mit. Dann würde ich einfach die eine Hälfte geben, bis auf die Kavallerie. Ja. Gib mal. Machen wir das so. So, was haben wir denn? Ich hab, oh Gott. Das Problem ist einfach, wir haben vor uns genau diesen Berg und da stehen die dann. Da spawnen die sozusagen. So, lass uns mal hier noch nicht anfangen, sondern erstmal hier, also erstmal generell die ganzen Sachen hier wieder einstellen. Zack, zack, zack. Zack, zack. So. Das sind ganz viele Bogenschützen, Herr Mäber. Die sind doch. Ich mach mal mit den Samurai-Dreier rein. Ich zieh mich mal ein bisschen nach rechts, ja. Also, ich... Warte. Was habt ihr denn gemacht? Das Problem ist, wir haben ja schon mal eine Schlacht... Äh, ah ja, wir hatten ja eine Schlacht geschlagen, genau. Die haben wir aber so krass verloren, oder war das in Rom? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich... Wenn hier haben wir eine verloren, in Rom, wir haben wir auf eine Schlacht wieder geschlagen, in Rom. Ja, 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 ja. Aber die haben wir alle verloren, glaub ich, in Rom. Oder ich glaub, nee, ich glaub, es war in Rom, was ich mich daran erinnert hab. Da weiß ich noch, da hast du mir irgendwelche Einheiten am Rand oder so gegeben. Und, beziehungsweise, oder die... Nee, ich hab, glaub ich, die Verstärkung oder so hab ich durchbekommen. Oder irgendwie sowas. Und da haben sie uns, zwischen uns sozusagen, sind sie durch, und haben so ein Keil gebildet und haben uns sozusagen voneinander abgetrennt und haben uns dann komplett überrannt. Das war natürlich doof. So, die Frage ist, wo wollen wir hingehen? Die werden da auf dem Berg... Ja? Wenn ich quasi hier in den... Ich würde zwei Einheiten in den Berg stellen. Bei guten Einheiten, mit denen ich dann quasi versuche, um die Gegner rumzulaufen und anzugreifen. Ja, die Kavallerie zum Beispiel und sowas, ne? Also die gegnerische Kavallerie wird auf wie viel ankommen. Ah, ja, ich hab halt nur... Das müssen wir nicht nachkämpfern halt sein. Ja, ja, ich hab nur vier... Soll ich dir mal eins geben, sag mal, das ist doch für den Arsch, sonst... Hier, du kriegst meine, meine unglaublich bekannten, äh, superarschige aus. Was hättest du von denen, toll, oder? Ich hab jetzt schon was erwartet. So, du kannst doch einfach mal loslegen, wir werden dann schon irgendwie klarkommen. Wir werden eh verlieren. Oh, was haben die denn? Importierte Lundenschloss-Achigarus. Hier, Säcke, ey. Einzelmenge Bodenschützen, Mann. Ich seh dreimal Kavallerie. Ja, die haben die, oder meinst du, haben die? Ne, haben die. Ja, die haben Nahkampf-Kavallerie, die ist gemein. Die können dir gefährlich werden. Katama-Samurai. Am vorne haben sie Yari-Achigaru. Also vorne steht sozusagen der Rotz. Soll ich nochmal meine Reiter vorschicken und ein paar... Ja, perfekt wären, wenn wir... Bisschen was rauslocken, meinst du? Weil perfekt wäre natürlich, wenn wir auf den Berg kommen würden, wo die da stehen, ne? Äh, das ist unwahrscheinlich. Weil, als wir so machen können, wir können nach links gehen, haben wir quasi den Berg, den Wald da. Ich bin jetzt rechts. Mein links. Ja, ich bin jetzt gerade rechts, deswegen überlegt, ob ich jetzt rüberrenne zu dir, oder was? Oh, oder wir nehmen die in die Mangel. Das ist eigentlich auch eine gute Idee, ey. Komm, lass uns mal versuchen, in die Mangel zu nehmen. Das ist eigentlich, wenn wir es richtig machen würden, eine gute Taktik. Da wir es natürlich wieder verkacken. Ihr wisst, ihr kennt das Spielchen. Wie sich die gerade die Einheiten so geboten haben, Michael, ist das so? Ich höre irgendwelche Sachen von wegen, äh, der General und so'n Scheiß. Auf jeden Fall, die bleiben schön stehen. Ja, ich würde gerade sagen, die bewegen sich ja nicht in den Hauch, Alter. Naja, wir sind auch die Angreifer. Ey, gut, aber die Schlacht geht los, ne? Wenn jetzt, das ist wie im Kino, wenn sie jetzt alle mit ihrem Handy noch rumspielen, ich meine, dann... Ist ja klar, ne? Dass das nicht wirkt. Ich würde sagen, wir laufen einfach ins Nähe mal an den Berg ran und vielleicht schaffe ich sogar auf den Berg rauf. Wenn die sich nicht einen Meter bewegen. Okay, ich laufe halt links durch den Wald da durch. Also für die Karte, hier sieht man auch, die, der, der bewegt sich nichts. Die spielen alle noch Karten. Aber bei laufe langsam, weil... Musst ihr die Einheiten nicht? Ja. Ja, ich glaube, die Bodenschützen nehmen das gerade garan, die dummen Detten. Aus, aus Dingson. Ich kann doch einfach alle Einheiten in den Wald rein. Warum eigentlich nicht? Ja, die bewegen sich immer noch nicht. Da trinke ich noch mal ein Schluttchen. In der Ruhe liegt die Kraft. Jetzt hat er mir geblasen. Komm, jetzt? Da bewegt sich nicht ein Mühe. Nichts. Jetzt, 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 jetzt. Sie sind doch oben auf dem Berg mit Bodenschützen. Sie sind doch oben auf dem Berg mit Bodenschützen. Ein Bodenschutzbeirn, habe ich gesehen. Ja, das läuft ja gerade hin, ne? Mhm. Die Bogen, der sich laufen runter. Problem ist halt nur der, ihren Cavalier. Ja, den Cavalier habe ich gar nichts, ne? So, ich laufe jetzt zum Berg, Digga. Läufst du wieder weiter voran? Läuf mal weiter voran. Ja, du musst natürlich versuchen, die Hauptstreitkraft vielleicht wieder abzufangen. Deren Cavalier. Und ich gehe da von oben nutze an, schieße sie von oben klein und renne von oben runter mit Gebrüll. Also ich laufe jetzt auf den, auf den Dienst musst du nicht laufen, auf den Berg, da laufe ich sozusagen, versuche ich können zu laufen. Nicht auf den Berg, auf den Abhang da, mit den Bäumen, wo der Wald ist. Siehst du ja, da laufe ich. Ja, hier auf dem, genau. Da läufst du hin. So, Bodenschützen ausrichten. Mal schneller. Willst du ja schneller laufen? Wie gesagt, Digga, bei mir dauert es noch ein bisschen. Was haben wir denn da eigentlich? Wir haben hier, stehen eigentlich nur... Ach Gott, die haben ja Boden-Ashi-Gahu teilweise noch. Das sind viele, ja. Ach, du kack, ja. Dreimal Boden-Ashi-Gahu, dreimal Boden-Samurai, glaube ich. Und diese Lunden-Schloss, die sind, glaube ich, die haben, glaube ich, eine geringere Reichweite, kann das sein? Keine Ahnung. Ihr seht schon, wir sind richtig gut vorbereitet. Ah, ah, ah. Digga, und wenn du beschossen wirst, was ist denn jetzt? Wenn du beschossen wirst, ne, die freie, die Dönsansicht, ne. Warte, ist das deine da? Wo laufen die hin? Hä? Wo laufen die hin? Dann rennen die auch noch. Guck mal, wie sie hier... Ich kann dir mal zeigen, wie sie hier drüber laufen. Warum rennt ihr eigentlich? Ihr könnt ganz normal Jodney und es ist hier... Es ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Ihr könnt mal, äh... Ich bin jetzt sogar fast in Reichweite. Wenn ich meine Bogenkippen jetzt mal weiter vor... vorbringe, sind sie schon fast in Reichweite. Ich bin in Reichweite. Oh, du Scheiße, wir haben eingetreffen. Wirklich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich schicke einfach die Jad hier rauf, oder? Keine Ahnung, was mit deinen Einheiten machst, Digga. Ich kann ja... Die werden sterben. Oh, wieso stellen die sich denn da so quer? Ich fass es nicht, sind die Behinderten im Kopf. Schließt die Reihen! Was machen die denn jetzt da? Gehst du jetzt da rauf, oder wartest du grad noch? Ne, ich geh mit den... Ich warte, links warte ich. So, und seid ihr eigentlich alle im Kampfbetrieb hier drin, oder spinnig? Meine Yari, die hauen gleich ab. Das sind halt Yari, ne? Oh, was haben wir denn da, gegen mich? Yari Ashigaru! Zuversichtlich! Äh, noch! Freunde, noch. Deine... Deine... Achso, deine Yari sind das okay, ich wollte schon sagen. So, ich weiß jetzt nicht, was sie jetzt machen. Bei mir kommt die Kavalerie jetzt. Bei dir, hä? Interessant. Ja. Was machen die? Ich brech noch mal hier durch. Kannst du von der anderen Seite jetzt mal einkreisen? Kannst du jetzt mal da bitte vorangehen? Ich hab, ich hab nicht genug, äh... Nahkämpfer. Sieht nicht gut aus. Sind wir nicht Nahkämpfer? Hä? Sieht überhaupt gar nicht gut aus. Hier werkt gar keine Nahkämpfer. Oh, scheiße, man! Die haben sogar noch Katana-Summel. Weiß, verlieren wir Hausauf. Ich dachte, wir werden Hausauf verlieren, Alex. Nein. Werden wir das schon hinkriegen. Sieht gar nicht gut aus. Weiß, aber... nur Dachy haben die auch noch jetzt hopp damit die auf mich, die alles, rennen mit allem rein was du hast, die Leute da die hopp damit jetzt komplett auf mich sagst du so, ich komm hier auch selbst nicht vorwärts aber du hast ja Kavallerie und so'n Scheiß, geh mal drauf mit der Kavallerie irgendwo ich hab keine Kavallerie mehr was ist denn das da hinten, ein General oder was? ja, das ist ein General meine Nahkampfbataillone, die machen sich gut, aber bei mir gehts eigentlich, glaube ich noch aber jetzt find ich den Gen, guck mal die haben noch Katana Samurai 2 ja, dir, siehst ja selbst, ich bin ja hier mit allem was ich hab drauf da musst du dann mitmachen einfach jetzt haben die Katana Samurai ja, die nehmen mich alle auf mich, dir, du musst da mitmachen ich brauch für die, ich brauch jetzt ein General von dir hier, ansonsten halten meine Truppen nicht lange Stand du musst jetzt hier mal irgendwas machen mal ins Kampfgeschehen rein schade, dass die Brenner fallen noch nicht wieder da sind was los, was los, schnell rein da die sind ja gerade ja zu mir da sind meine ganzen Kamera ich hab noch 6 Samurai Bataillone, die alle fast tot sind du musst da jetzt noch was machen, ja noch steht die dahinter oder sowas aber bei dir ist ja gar nichts mehr und deine Samurai sollen nicht die fliehen Einheiten, Digga schieß doch mit allem was du hast auf die anderen Samurai, die du gerade bekämpfst mit allen vier Bataillonen rauf da hab ich eine blamage noch hab ich meine 6 Bataillone äh, er ist ein blamage Ich hab bald wieder brennende Pfeile. Komm schon, komm schon, komm schon, Jungs. Du kommst von hinten. Das Schlachtenglück wendet sich zu unseren Dunsten. 15 Sekunden noch, da hab ich brennende Pfeile. Nein, da werden meine Bogensamurai von Katanasamurai angegriffen, das ist nicht nett. Nein, mein General ist weg. Nein, was? Aber vielleicht geflohen. Wurde sie gesagt, dass der getötet wurde? Ne, ne? Würde sie uns einfach beharmen, auf die letzte. Bei mir sieht's nicht gut aus, hier hinten. Ah, scheiße, wir hätten die Ender ankommen lassen sollen. Ne, das war gut so. Wir haben gewonnen, das war schwer. Jetzt kommen mal ein paar Pfeuerpfeiler, siehst du das? Zack, 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 meine Freunde! Nein! Wir nehmen da eine Sekunde länger an, dann werden die Pfeuerpfeiler eingeschlagen. Oh, ihr Säue, ihr Glück gehabt. Pfeuerasieger. Pfeuer. Aber das war geil, das hat Spaß gemacht. Hm. Mann, Mann, Mann. Aber die haben sich ja lange Zeit einfach nur totgestellt. Wenn die sofort mit allem, was sie hatten, auf uns draufgegangen wären, dann hätten wir bestimmt verloren. Scheiße, Nummer 1, ich ja. Hast du Bataillonen verloren? Ja, jetzt. Drei. Und die Bogen, die... Ne, die Aschigau waren eh, ja. Die Bogenkavallerie brauche ich nicht mehr. Ne, Bogenkavallerie, Jungs, das Thema hat sich für uns erledigt. Toll, jetzt ist auch noch Winter. Läuft bei dir, habe ich gehört. Kommst du wenigstens hinterher und bringst die noch um? Ja. Ah, dein General kann sich entwickeln. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber eigentlich würde ich mich lieber zurückziehen. Wollen wir mal gucken, was haben die denn noch alle? Kannst du auch machen. Weil die Armee, die ist echt im Arsch. Aber dann kann ich halt jetzt... Ne, du kannst ja theoretisch Mino danach einnehmen. Mach doch die Armeeplatten und nimm danach sozusagen Mino ein. Dann kannst du dich ja da. Weißt? Eigentlich schon, ne? Oder Omi sogar, aber Omi ist immer blöde, Mann. Ne, ich nehm erst Mino ein. Guck mal, die haben... Äh, die haben... Äh, das bringt's nicht hinterher, also auch mich zu töten. Na wohl. Ja, dann, warte, die haben immer wieder volle Bataillone. Geil übrigens, dass die Ashigaru überlebt haben, oder? Das ist weg, ist es weg. Genau. Geil übrigens, dass deine Ashigaru überlebt haben, war? Und dafür irgendwelche Katana und so drauf ist, und... Ja, ist das so lächerlich. Ne, zwei, ne, ein Katana so drauf ist, wenn wir uns... Achso. Das war ein entscheidender Fehler. Was ist das denn? Äh, das war ein entscheidender Fehler. Das war die Rotze in Person... Meine F... What? Ja. Jo, also... Philipp möchte dann auch wieder ein paar neue Einheiten, hab ich gehört. Umstruturieren hast du ja wollte, ne? Er ist doch kacke, Alter, Jungs. Okay, also... Was ziehen wir da raus? Nicht hinterherlaufen, wenn eine Armee wirklich nah am Abgrund ist. Oh, da haben wir ihn. Da haben wir den neuen General. Den neuen Daimio. Ah, falsch. Den Wichser. Mein Platt, Alter. Du Huren, so leider. Du bist gleich weg. Ist er eigentlich auch schließlich? Tja, Schosekabohorn wieder ab und holen sich die nächste Armee ran. Bessere soll man ein bisschen bauen. Die soll man dann richtig schöne, fette 20er Armee in ihrer Stadt haben. Jetzt kommen die wieder mit irgendwelchen Mönchen an. Äh, ja, ja, ja. Was war denn das? Das war denn das gerade. Der hat gerade eine Armee von irgendwo hergeholt. Besso, Besso ist weg wieder. Ach, die Urakami, Alter. Wir kommen einfach nicht... Ey, wir kommen nicht voran, Freunde. Wir kommen nicht einen Schritt weiter hier. Wie gewonnen, so zerronnen. So. Oh, ich habe nicht vielleicht... Ah, das habe ich. Ich kann erst keinen mehr mitnehmen, ne? Das war... Genau, okay. Ach, du hast ja da eine Armee. Ja, dann kannst du dich doch... Die kannst du dich doch verteidigen, in deiner Stadt. Sehr gut. Das ist gut, Digga. Das sind meine eigentlich? Mein toller, ähm... Ja, dann soll der mal nach... Nach da gehen. Oder nach da, oder so. Ach, wohl nach hier reicht auch schon. Ja, in T ist nichts. In T haben sie nur einen Spielsaal. Das heißt, in T können sie nur unten fort. Da können die Ashidaros Stufe 0 bauen. Alles klar. Also wenn, dann haben sie einen Iga. Einen Iga haben sie eigentlich im Grunde genommen auch nichts. Ich muss jetzt die Hattori auslöschen, Digga. Es hilft nichts. Ja, na klar. Mach doch. Das ist doch super. Es hilft nichts. Es muss getan werden. Das, das, das bringt uns gut voran. Mach, oder mach erst die, mach erst, genau. Mach erst die Dings fertig. Mach erst die Hattori. Lösch die erst aus, und dann kannst du irgendwann noch Hermato einnehmen und Karachi. Ja, was denn weg ist, ist weg. Dann können wir sagen, jo, haben wir heute jetzt geschafft, ne? Ja, das wäre mal toll. Ach, scheiße, ich muss ja hier... Ach, ja. Ja. Och, ja. Ich muss wieder da abbrechen. Ich muss ja noch einen Bodensamurai bauen, richtig? Dann eins, zwei, drei, vier. Ich glaube, es war so. So, dann hier ein bisschen noch retortieren. Nochmal ein paar Tatana. Wenn wir gerade dabei sind, nochmal ein paar Tatana. Und wenn wir eigentlich immer noch dabei sind, nochmal ein paar Tatana. Ne, boah, natürlich nicht. So, wir können mal gucken, ob wir hier oben, wo es alles ein bisschen kostengünstiger ist für uns, ob wir hier mal was bauen können. Boah, ne Handelsgilde wäre aber auch ein Ding, wa? Ne, aber ich glaube, wir werden hier ein bisschen auf, äh... Oh, das passt ja, ich habe wieder 21 Gold. Nehmen wir. 21 Gold sind 21 Gold, Freunde. So, und dann würde ich mal sagen... Schicken wir mal unseren ganzen Ashigaro-Trupps nach Hitachi. Ich glaube, in Fukushima hatten wir noch eins gebaut, ne? Ja. Jetzt behindern die sich wieder gegenseitig. Habt ihr das gesehen? Das ist unglaublich, Alter. Du schickst hier Bataillone von deiner eigenen Armee. Schickst du einfach nur auf eine Stadt, ja? Sechs verschiedene. Dann laufen die gegen ein anderes Bataillon von dir und sagen, ey, der hat mich aufgehalten. Anzeige ist raus, Alter. Nein, man, die, die treffen uns mal und sagen, ey, was geht? Ja, uh! Trinken noch einen zusammen. Diese blöden Penner, Mann. Ja, die laufen da wirklich einfach durch. Guck mal, wie streist das? Ist die Rebellenarmee jetzt irgendwie zehn, fünfmal so stark wie die und die laufen einfach durch? Da geht die nix? Ihr Säcke. Ach, fahrt, ich wollte ja eigentlich noch im... Naja, was soll's? Was ist denn das hier? Wir haben ja noch einen Bauplatz. Egal.